Einen schönen guten Tag willkommen zu heute Express. Sollen Corona-Einschränkungen für Geimpfte schon früher gelockert werden? Der Deutsche Ethikrat sagt nein. In einer heute veröffentlichten Stellungnahme lehnt er Sonderrechte ab. Es sei noch ungeklärt, ob von Geimpften weiter eine Ansteckungsgefahr ausgeht. Auch gehe es um die Akzeptanz in der Gesellschaft, so Sigrid Graumann vom Ethikrat. Solange noch nicht alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen, würden viele besondere Rechte für Geimpfte als ungerecht empfinden. Es ist fraglich, um Menschen, die keine Angst vor einer Erkrankung haben und noch gar keine Chance hatten, sich impfen zu lassen, dann noch bereit wären, die Infektionsschutzregeln einzuhalten. Die Große Koalition hat sich bei einem Spitzentreffen auf weitere Corona-Hilfen geeinigt. Unter anderem sollen Familien einen einmaligen Kinderbonus von 150 Euro bekommen. Denselben Betrag erhalten von Grundsicherung. Die Gastronomie soll mit einem verminderten Steuersatz auf Speisen noch bis 2022 unterstützt werden. Und weitere finanzielle Erleichterungen sind auch für den Kulturbereich geplant. Der Kölner Erzbischof Woelki hat erstmals Fehler beim Umgang mit Missbrauchsvorwürfen im Bistum Köln eingeräumt. Woelki war in die Kritik geraten, weil er Berichte über Missbrauchsvorwürfe gegen katholische Geistliche nicht veröffentlicht hatte. Nun soll Mitte März ein zweites Gutachten vorgelegt werden. Um sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geht es auch auf einer zweitägigen Online-Konferenz. Die Hochwasserlage an vielen Flüssen Deutschlands bleibt angespannt, wie etwa an Mosel und Rhein. Am Niederrhein, wie hier in Düsseldorf, steigen die Pegelstände weiter leicht an. Die Schifffahrt Richtung Niederlande ist aber erlaubt. Fluss aufwärts bei Köln wird der Rhein am Abend gesperrt, wie bereits an Ober- und Mittelrhein. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Mehr in der ZDF heute App. Ihnen noch einen schönen Tag.